Gut, meine Lieben, wir fangen an mit einem Easy Cheesy Warm-Up. Ganz locker, 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 locker. Und kommt nach links, nach links, nach links, nach links, nach links, nach links, nach links. Lass ab. Mit dem Socken schon ein bisschen. Mit dem Socken an, mit dem Socken. Tief hoch. Sand, die Hiebe. Arme zur Seite und drehen. Drehen, 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 drehen. Richtung Drechsel, also quasi gegengleich. 5, 4, 3, 2, 1. Sand, die Hiebe. Arme Schwingen, rauf und runter. Hallo, Manuela. Manuela, 200 Liegestütze. Wenn du zu spät kommst, 200. overheßen, 300. 3, 2, 1. Go. Oh, der sieht nicht wie bei der. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 3, 2, 1. Soundstecker, Möge! Höfterkreise! Richtungswechsel und Samte Kiebel 10 Spitze der Röhr 3 2 1 Samte Kiebel So, mal unten bleiben, schaukeln, schön auslocken, 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 der Wind kann die Knie auseinander drücken. So, mal lockere Skipping, wieder Skipping. So, mal runter, aufdrehen, aufdrehen. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super, so, Leute, wir nehmen die Kurzhantung, Kurzhantung, ja, erste Runde, Leute, ganz locker, locker, easy, cheesy, side heben, dann bleiben wir hier oben, ja, und dann machen wir den oberen Teil quasi so wie einen Regenbogen, ja, rauf und runter. Dann kommt eine kurze Pause und dann kommen neue Übungen, ja. Also, side heben, in der Pause halten, bitte, ja, in der Pause halten. Muzzle bereit? Are you ready? Saatok? 5, 4, 3, 2, 1, go! So, oben halten. Genau, ja, halten, 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 halten. Wir probieren das, das haben wir geübt, schön so viel, haben wir super geübt. Und jetzt nach oben, oben, oben. Ja, genau, super. Super, auslockern, 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 auslockern. Jetzt bitte boxen, ja, wir fangen an nach vorne boxen, nach vorne boxen, mit den Handeln. 5, 4, 3, 2, 1, go! Super. Wieder halten zur Seite, oh oh, oh oh. Halten, 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 halten. Sehr brav, super. Und jetzt bitte nach oben boxen. So, oben, 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 box, 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 box. Genau. Ja, Mariela, bitte auf die Lust aufpassen. Lust da. Super, auslockern, wieder auslockern, 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 sehr gut. Leute, butterfly, butterfly, ja, butterfly. 3, 2, 1, go! Sehr brav, sehr brav, super. Da habe ich dann angewinkelt. Und jetzt? Oh oh, oh oh. Shoulder press. Und los. Shoulder press. Sehr brav. Schau, wie gut das geht. Sehr brav, Rosi. Push, 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 push. Sehr schön. Wieder auslockern. Vorletzte Übung, meine Lieben, ja. Front hebe, front hebe, front hebe, front hebe. Go! So. Vorne halten. Oh oh. Oh oh. Und jetzt war mal die Schulter richtig fertig. Bruder, 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 ja, Vollgas. Ja, Maxi, fertig, Maxi, fertig. Pause. Sehr brav, super. Auslockern, 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 sehr schön. So, Leute, die Hände jetzt einfach nur hängen lassen mit den Antln. Jetzt machen wir für die Beinchen was, ja. Für die Beinchen, für die Beinchen, für die Beinchen. Easy cheesy, ja. Erste Runde, ja. Wir marschieren, wir nutzen den kompletten Raum, bitte, Lisa. Den kompletten Raum. Das heißt, du gehst nach vorne, wer kann, berührt den Boden. Und dann noch einmal, und dann noch einmal. Und dann, wenn du hier bist, gehen wir rückwärts. Genau dasselbe. Zack, 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 ja. Schöne Ausfallschritte. Große Ausfallschritte. Ja. Rechtes Bein, linkes Bein. Rechtes Bein, linkes Bein. Nütz den Raum aus. Genau. So, los geht's. Ja. Und jetzt nicht umdrehen, ja. Schließen, genau. Und jetzt rückwärts. Genau. Ja, super. Wieder nach vorne. Super. Kurze Pause. Auslockern. Genau dasselbe noch einmal. Genau. Genau dasselbe noch einmal. noch einmal. 3, 2, 1. Und los geht's. Und wieder rückwärts. Super. Super. Auslockern, 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 auslockern. Jetzt machen wir bitte die Abfahrtshocke. Das Gewicht entweder zur Brust oder hier unten, ja. Pump, pump oder hier. Los. Abfahrtshocke. 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 Ja, super. Auslockern, auslockern, auslockern. Wieder marschieren. Vor und zurück. Vor und zurück. Und los geht's. Große Schritte. Große Schritte. Ja, genau. Und wieder zurück. Riesenschritte. 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 Und wieder vor. 3, 2, 1. Sehr brav. Auslockern kurz. Einmal noch die Riesenschritte. Einmal noch die Riesenschritte. Und los geht's. Groß, 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 groß. Ja, genau. Sehr brav, sehr brav. Genau. Und dann wieder zurück. Rückwärts, rückwärts. Ja. Kontrolle in der Bewegung. Genau. Schöne Ausfallschritte. 3, 2, 1. Super. Wieder Abfahrtshocke. Abfahrtshocke. Ich hab schon cool aus, wie ich losgelegt hast. Ja. Und los. Schöne Abfahrtshocke. Weißer. Lecker. Super. Vorletzte Runde. Ausfallschritte wieder. Ausfallschritte. Vorwärts gehen, rückwärts gehen. Los geht's. Groß, 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 groß. Sehr brav, sehr brav, sehr brav. Ja, lösst den Raum aus, lösst den Raum aus. Ganz groß, ganz groß, ganz groß. Super, kurz auslockern und letzte Runde. Einmal noch, einmal noch. Achtung. Ganz groß, ganz groß. Sehr brav, super. So, pass auf. Wir machen jetzt Swings, ja, Swings. Erste Runde zwischen den Beinen, ja. Zwischen den Beinen schwingen, schwingen, schwingen. Wenn wir zwischen den Beinen schwingen, Leute, ja, da bitte wirklich aus der Hüfte rein, aus der Hüfte arbeiten. Zack, zack, zack. Und dann schließen wir die Beine und machen Langlaufen, ja, mit den Handeln wieder nach hinten, nach hinten, nach hinten. Ja, ist auch geschwungen, aber bei den Swings geht es nach oben die Intensität und bei den nach unten, ja, bei den zweiten nach unten. So, wir fangen an zwischen den Beinen. Schönes Swings. Und los. Zack, 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 zack. Genau. Schöne Swing, 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 Swing. Super, Beine schließe, ja. Und jetzt wieder du zwei Skistecke in der Hand hast und du springst nach unten. Du bohrst die Skistecke in den Boden. Zack, zack. Genau. Schön nach unten, nach unten. Die Energie ist nach unten. Nach unten. Fest, 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 fest. Ja, genau. Super. Auslockern, Beine öffnen wieder. Wieder die Swings zwischen den Beinen. Und los. Sehr brav, sehr brav. Schön energisch, energisch. Schönes Tempo. Sehr brav, super. Beine schließe. Und los. Schöner Schwung, schöner Schwung, schöner Schwung. Halbzeit. Sehr gut. Beine öffnen wieder. Beine schön öffnen. Und los. Bravo, Beine schließe. Und los. Schwung, 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 schwung. Zack, zack, zack. Ja, genau. Voller Energie, Leute. Voller Energie. Super. Bravo. Letztes Mal zwischen den Beinen. Und los. Sehr brav, sehr brav, sehr brav. Sehr brav, sehr brav. Ja, super cool. Sehr schön. So. Pass auf. Wir machen ein bisschen was für den Rücken. Easy, cheesy für den Rücken, für den Rücken, für den Rücken. Erstes Tabata in der Vorbeuge. Side heben. Schön side heben, side heben, side heben. Rücken ist schön gerade, Popo ist rausgestreckt, side heben. Easy, cheesy. Easy, cheesy. Die Pause ist immer Pause. Rücken gerade. Los geht's. Schönes side heben, schönes side heben. Super. Schön breit, 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 breit. Super. Rücken auslockern. Front heben, ja. In der Vorbeuge aber. Front heben. Beine Arme gleichzeitig. Und los. Front heben. Beine Arme gleichzeitig. Schön in der Vorbeuge. Popo rausstrecken. Auslockern. Super. Auslockern, auslockern, auslockern. Leute, jetzt inwechsel. Ein Arm, side, der andere Front, ja. Zack, 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 zack. Ein Arm, side, einer Front. Inwechsel, inwechsel. Ja, genau. Super. Ja, sehr schön. Gut. Ja, jetzt bitte nur Kreuzheben. Roter und hoch. Roter und hoch. Kreuzheben. Super. Schön tief und hoch. Schön tief und hoch. Ja, sehr schön. Jetzt bitte Good Mornings mit gestreckten Beinen. Dies Projekone hat. Gestreckte Beine, ja. Wieder runter und hoch. 3, 2, 1, go. Los geht's. Ja, sehr schön. Super brav. Super brav. Sehr schön. In der Vorbeuge. In der Vorbeuge, ja. Nach hinten ziehen. Nach hinten ziehen. Fast gestreckter Oberarm. Los geht's. Nach hinten ziehen. Nach hinten ziehen. Schön nach hinten. Nach hinten. Nach hinten. Nach hinten. Ja, genau. Fast gestreckt. 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 Ohne Schwung. Ohne Schwung. Zieh. Zieh. Sehr brav. Und einmal noch Seite. Und los. Sehr brav. Sehr brav. Sehr brav. Schön breit. Schön breit. Schön breit. Und einmal noch Fronthebe. Immer Single, Single. Single, Single. Und los geht's. Single, Single. Sehr brav. Sehr schön. So. Für das letzte Tabata, meine Lieben, brauchen wir, ja, nur eine Handel, ja, wir machen noch was für die seitlichen Bauchmuskeln, ja, ein Arm nach oben, ihr könnt natürlich auch unten eine Handel nehmen, wenn ihr wollt, ja, aber ansonsten oben ist Pflicht auf jeden Fall, und du gehst immer seitlich runter, so tief du kannst, wer kann, berührt fast den Boden und wieder hoch, ja, wenn ihr so unbewegig seid wie ich, dann beugt ihr das Knie ein bisschen, wer kann, streckt das Knie komplett durch, ja, komplett durchgestreckt, also mit einer Handelung. Easy, cheesy. Letztes Tabata. For the challenge. So, Arm nach oben, schön gestreckt, jetzt seitlich zum Boden runter, genau, seitlich zum Boden runter, genau. Ja, genau, schau mal zu Lisa, die ist sehr beweglich, also der kann beide Beine gestreckt. Und, komm mit Puppe, du, Puppi, komm mit Puppi. Sehr schön, Hand wechseln, Seiten wechseln. Und los geht's. Ja, genau, schön runter, 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 Arm nach oben strecken, genau. Geweglichkeit und Kraft, super. Super, wechseln, zweite Runde für die erste Hand. Ja, genau, schön tief runter, schön tief runter. Genießen, meine Lieben, genießen. Heute geht los, Workout. Sehr brav, sehr brav, sehr brav, wechseln. Und los geht's. Schön zur Seite, schön zur Seite, schön zur Seite. Ja, genau. Die zweite Hand geht immer seitlich runter, so tief du kannst. Ja, super, super. Sehr schön, bravo. Halbzeit, halbzeit, wechseln. Und los. So, Leute, posuhec ein bisschen tiefo. Kom, posuhec ein bisschen tiefo. Ja, genau, ja, vi trodhi, 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 trodhi. Super. Malo, 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 malo. Sjašen, back seven. Juno, try runde. Und los geht's. Sehr schön. Wechsel. Well, let's throw there. Yes. Excer. Letzte Rode, dann habt ihr es geschafft. Und los geht's. Super brav, super brav. Sehr schön. Super gemacht. Bravo, 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 bravo. Super brav. Genau. Für einige war das jetzt ein gutes Warm-up. Die anderen, die aufhören, schönen Abend oder schönen Tag. Genau. Genau. Ja. Und die, die mitmachen wollen, jetzt ist noch Crosstraining. Crosstraining, genau. Ja, im nächsten Video. Im nächsten Video. Ja. Ja.